So, Jungs und Mädels, meine Damen und Herren, wir sind auch schon wieder. Neues Spiel, neues Glück sozusagen. Wir erwarten nur noch von seinem Kollegen Nia-Shark, der ja jetzt schon da ist. Und da stürzen wir uns halt wieder ins Daily Business Geschäft sozusagen. Um den ersten Sieg des Tages einzufahren. Schauen wir mal, wie gut das Ganze funktionieren wird. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Ach komm, geh auf. Ist uns hingefallen. Ja, ähm. Das ist ja schon, zum Glück. Ich habe leider mit meinem Tablet immer noch so das Problem, dass mal funktioniert das einwandfrei. Dann funktioniert es halt wieder gar nicht, so wie jetzt. Ich muss da mal, ich werde da mal ein bisschen was abchecken müssen, ob ich da nicht einen Haufen von irgendwie Programmen, die da drauf sind, die ich einfach löschen kann. Weil die Räder benutze, geschweige denn, ähm, ich glaube, die blocken das Ganze so ein bisschen. Das Laun ist extrem down. Hier buffen sie. Oh, drei Heiler, was haben sie denn? Jeden Heiler. Und noch ein Druid. Ansonsten, ich glaube, es sind Kämpfer, oder? Fahre-Kämpfer. Fahre-Kämpfer. Das aussieht, Fahre-Kämpfer. Okay. Okay. Aber wie gut oder wie schlecht das läuft. Okay. Okay. Mission Nummer 1, natürlich erst mal wieder den Berserker klauen. Bei Heilern, die sind auch recht gut aufgestellt. Was für ein Windläufer, Reichgerecht. Windläufer, wir haben nur einen Heiler, okay. Wir haben nur einen Heiler, dafür sollten wir ein bisschen mehr Schaden haben. Aber es ist immer so eine Sache, ob es das dann auch wirklich ist. Komm, fackeln ab, Alter. Ja, ich sehe mir noch nichts. Ja, okay, wenn er da halt im Hintergrund sich Heiler hat, dann kann ich mir noch so einen abdöndeln. Okay. Okay. Oh, ja. Komm schon! Komm schon! Komm schon! Da pufft irgendwie alles wirkungslos. Jawohl! Komm, komm, komm! Komm. Komm, komm! 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 Ist ja alles so absorbiert, ey. Ich frag mich, wo der ganze Absorptions-Scheiß herkommt. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Sehr schön. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm. Das finde ich gut. Komm, komm. komm schaun nice ja, du willst die rumkasten ich weiß nicht, was ich davon halte alle abgefackelt schön gefackelt schön gefackelt schön gefackelt hoch aufs Pferd sehr schön sehr sehr schön, das war doch mal ein easy win ja, schau uns technisch, da schauen wir uns sogar ganz gut auf den Mekkaupen echt nicht schlecht jo not bad, not bad oh, was nice ich würde sagen ja, ich wäre soweit erstmal durch mit Daily Business ich bin aber gleich wieder da, was den Livestream angeht allerdings dann mit etwas nicht komplett neuem aber etwas, was ihr vielleicht zumindest auf meinem Kanal noch nicht gesehen habt also bis gleich hier euer Supergammer und ich bin aber sehr wichtig ich bin aber auch immer wieder da, was ich mir schaun kann ich bin aber auch immer wieder da, was ich mir schaun kann